Hi, hier ist der Thilo aus der Move-On-Drum-School. Ich habe für euch heute ein Pattern und zwar, das geht über einen ganzen Takt und beinhaltet Einzelschläge, Doppelschläge und Paradiddle. Das Pattern geht folgendermaßen. Auf der 1 spiele ich ein Single Stroke oder spiele ich Single Strokes in 16. Danach spiele ich zwei Doppelschläge, jeweils rechts-links. Dann spiele ich Paradiddle rechts beginnt. Und dann auf der CZ4 spiele ich Paradiddle links beginnt. Jetzt brauchen wir Betonung und zwar sind die Betonung auf der 1. 1D und auf der 4. Das ist unser Backbeat. Also. Okay, damit spiele ich jetzt einfach mal am Set. Denkt dran, CZ1 Single Strokes, Betonung auf der 1D, CZ2 Double Strokes, CZ3 Single Paradiddle rechts herum und Single Paradiddle auf der 4 links herum. Somit haben wir auf links die Betonung auch auf der CZ4. Los geht's! bis zum letzten Stream eines Jahres. Dating find англий附近 wie ост einen Pegg nachmelderen, hier in der CZ4 2. Daysheba ene auf dem und wird un auf dem winds Export auch ohne wenn uition machines will auch 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020